Warum ist er nicht zerstört worden? Warum bin ich jetzt zerstört? Das ist so lächerlich. Ich bin mit Vollspeed in ihn reingefahren. Er ist nicht zerstört worden, aber als ich ihn überholt hab, bin ich dann zerstört worden oder was? Was macht das denn für Sinn? Ganz ehrlich, Scheiß Hurensohn-Game, hoffentlich sterben die Entwickler bald. Erstmal Salz rauslassen, jetzt geht's mir wieder gut. So. Ja. Gut, dass du sagst, dass du Anwohner gehen willst. Habe ich nie behauptet, aber hä, wie kommst du an eure Rock'n'League? Mit der weißer Joshua. Ich muss nochmal kurz schnell eingeschissen. Sehr schön. Bringst du die Mitte der Maschen rein? Okay, alles klar. Oh, lol, leck. Wir sind noch nicht so ganz drin, wir haben wieder lange mal, weißt du, wir machen immer den Fehler, dass wir lange kein Rock'n'League zusammen spielen und dann wundert, warum wir so rein scheißen. Ich bin am Boost vorbeigefahren. Wir nehmen halt in der Regel einmal in der Woche Rock'n'League auf und früher haben wir halt so täglich ein bisschen aufgenommen, aber... ist halt nicht mehr. Der ist drin. Ne. Doch. Ne. Na, ist guter Schuss. Erstmal nach vorne mit dem Ding. Naja. Ne. Leid ich habe L.C. und L.C. gleichzeit gedrückt gerade. Oh der ist gut, der ist gut, der ist gut. Heiner hat er gut nochmal oben getroffen, aber der wird gerichtet, aber eigentlich muss ich dort sowas am Tor stehen. Aber... oder du halt. Also einer von den zweiten, aber der Stadt beide scheiße da. Bei dir war es wenigstens noch knapp. Ich habe nicht mal mehr eine Möglichkeit. Ja, wir holen es noch. Ich bin am Essen, sorry. Alles klar. Meine Güte, ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe Hunger. Rainer. Sehr schön. Da ist drin. Also ist er nicht, ich wollte es nochmal sagen, wie du es immer machst. Wo warst du jetzt schon wieder? Warte. 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 Erstmal anstrengen, okay? Ja, ich war halt bei dem Ball vorne und habe den da vor mich bekommen. Das ist schlecht. Nein. Als wir gewonnen haben, hat es immer gewiesen, wir müssen immer Druck auf den Ball ausüben. Jetzt, wenn ich irgendwas mache. Heißt es wieder? Ich habe da nur gefragt, wo du warst. Du musst auch Druck auf den Ball ausüben. Ach komm schon, warum kommt denn der da hin, der scheiß Ball? Ich habe immer so das Gefühl, dass sobald er irgendwie, sobald er irgendwie deine Mutter fickt, dann ist er wieder drin, da weißt du. Also Josh, weißt du, das Wichtige beim Druck ausüben ist auch, dass du Druck ausübst, nicht nur da stehst. Ich habe immer so das Gefühl, dass, da standst du sehr schön unter dem Ball, dass sobald er eine scheiß Wand berührt, dass er irgendwie 50% seiner Energie verliert, der Kackball, aber also macht er nicht, aber so kommt es mir halt immer vor. Den hättest du ja schon wieder versaut, Josh. Was ist heute los? Ja, das ist das erste Spiel. Ja. Nee, ist ja alles cool, Junge. Erst mal ein bisschen einspielen hier. Ja, dann fack mich doch nicht gleich am Anfang ab. Ja, man muss doch. Oh, dann bin ich falsch oder schon. Lass mal hier profiten. Josh, weißt du, man muss beim ersten Spiel abfacken, weil beim dritten traue ich es mich nicht mehr, dann bist du mir schon so schlecht drauf. Ach so. Ja. Weil ich scheiße gebaut habe. Sag mir, wer Jonas da ist, der Movechen auch. Ich bin mir egal, ob er jetzt noch was zu sagen konnte. Ach so, weil du keinen Talkpower hast. Ah, ja genau, daran liegt es doch. Ja, du machst halt jetzt schnell. Nein, nein, ich habe ihn nicht hinzu... Doch, hä? Warte, hä? Sonst schon alles zurück, hä? Nee, er ist jetzt... Er ist jetzt Pooly, Kompaktadmin, ist alles korrekt. So sollte es sein. War? Moin, Leute, der ist willkommen zu einer neuen Runde Rocket League. Kann ich mal den Maul essen? Ich will der Heißer Joshua und der Erste Felix. Wir spielen mal wieder seit langem noch in Rocket League. Ja. Kann also nur gut werden. Also zumindest für euch zum Zuschauen. Für uns wird es eher so eine Qual. Gerade Challenge, wie? Alter, okay. Bin ich sicher, dass der den noch bekommt. Weil er so kacke von der Wand abplotzt. Okay. Jetzt Attacke, Josh. Ja, du bist... Okay, ja, ja. Lol, das war voll gut. Boah, das war ganz schön knapp am Ende. Ja, aber ich habe ihn halt gedreht, deswegen war das so knapp, weißt du? Ich habe ihn ungewollt getroffen hier. Geil, also das war gut, fast gut. Da kann man erst mal ein bisschen sich mit Essen belohnen, oder? Nee. Ich bin gegen... Ich bin gegen... Uff. 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 Okay. Okay, ich habe gedacht, der trifft einen Anlass. Sehr schön. Genau, also wir bleiben jetzt mal bei dem Druck ausüben, Josh, weil wir müssen auch wirklich Druck ausüben und nicht nur dastehen, ja? Du musst jetzt drauf fahren. Drauf fahren, drauf fahren, drauf fahren, komm! Sehr schön. Alles endlich mal. Da, klar, der wird es drauf. Guck, genau so läuft. Sag, ob er sich schon wieder mit Essen belohnt. Aber ist okay, wenigstens führen wir... Ja, alles gut, alles entspannt. So lange wir Tore machen, ist alles gut. So lange wir Tore machen, wenn du nicht irgendwie denkst, du musst irgendwie den Ball klauen und dann... Und deshalb geht er dann nicht, weil ich denke, das wäre ein Gegner. Oh, das war vielleicht eine gute Vorlage. Nee. Alles klar. Besser mit nach vorne? Ja. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, den Ball so. Aber da hatte ich auch so einen Mini-Ruckler gerade drin. Das ging mir schon wieder voll auf den Sack gerade. So, erstmal ein bisschen weg. Komm, Josh, Druck. Warum ist das eigentlich in CS, ne? Da habe ich auch manchmal so einen übelst krassen Mini-Ruckler drin. Ich nicht. Dankeschön. Ich wollte, dass A nicht nach vorne spielen, der wäre vor dir am Ball gekommen. Das war gut von dir. Das war top. Die fette Grillt. Keiner fährt zum Ball, okay. Der kommt scheiße. Ja, er hat mich weggerahmt. Alles gut, hast du? Habe ich nochmal? Habe ich nicht nochmal? Also, den einen hatte ich nochmal, den anderen nicht. Okay, schade. Ich wusste nicht, wo du bist, deswegen habe ich das mal einfach so in der Mitte gespielt. Wenn ihr das Treffen genau, den treffe ich jetzt. Schade. Aber war gut, dass ich geblockt habe. Alles klar. Ich fahre nach vorne. Ah, ich fahre nach hinten. Okay, das ist schlecht. Oh, Alter, was ging jetzt ab? Was ist für eine Truppenvergewaltigung? Ab den mal geschoppt, damit der Gegner nicht dran kommt. Ja, der. Oh, fuck. Oh, Gott. Ja, ich war zu weit vorn. Ja, ich wollte hier. Ich wollte hier. Ich war in die Sicherheit, ob ich zum Boost fahren soll oder nicht, dann habe ich es verschissen. Ja, ist ja okay, ich habe auch verschissen. La 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 la. Aber alles gut, einfach weil du den Druck ausüben. Sag mal, du bist da falsch drauf. Das ist gut. Hast du eine Misch? Sehr schön. Hm, der ist nicht hoch genug. Alter, ich musste mal diese Scheißbälle am Rand üben, ey. Ja. Oh Gott, falsch rumgedreht. Wieder mal die Ecke. Oh, 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 der ist gefährlich. Alles gut, alles gut. Nee, Mann. Der ist ja gefährlich. Ja, er wäre eigentlich gefährlich. Der wäre gefährlich gewesen. Habe ich aber easy gehabt. Mein Ding für den King. Ähm, okay. Ich bin hinten, das ist gut. Rück zu. War drauf, war drauf, war drauf. Wieder hinten. Boah, komm schon, ey, wäre ich da früher gesprungen. Er kommt absolut scheiße, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hätte hier einfach springen müssen, aber ich habe irgendwie... Ja, aber ich wusste auch wieder in den Shop gegen die Decke geht oder nicht, deswegen... Ja, Alter, diese Lackbälle immer, diese scheiß langen Dinge. Komm, jetzt da weiß ich, hast du den. Komm, wir können das jetzt nicht verlieren hier. Komm bitte. Alter, warum soll ich denn mitbefahren? Ich habe den viel besseren Winkel. Ja, und? Ja, schön. Sehr schön. Der eine Typ ist afk, mir mal ein Tor, so muss es sein. Ganz toll. Warum bist du dann den Ball gefahren? Damit wir ein Tor schießen. Du hast doch eh wieder versaut. Der Ball war, der war jetzt eh nicht getroffen. Ja, und sowas darf man sich dann anhören, dann fällig scheiße bei uns. Fahr. Oh, okay. Ist er draußen? Ja, wow, er ist draußen. Ja, und? Ja. Mir egal. Und du fährst nicht zum Ball. Warum nicht? Weil er ihn reinmachen wollte. Ja. Ja, schon behält sich nicht an unsere oberste Rocket League-Regel, dass wir immer Druck auslegen, sondern Schild die Behinderung ist. Ja, dass wir immer zu zweit an den Ball fahren. Gerade eben war niemand da. Jetzt kannst du da drauf fahren hier. Komm, Alter. Ja, nee, du hast doch gerade rumgedreht. Ja, weil du nicht gefahren bist. Du standst doch da schon. Jetzt fahr auf den Ball. Bleib mit stehen. Ja, lass mich den doch reinmachen. Wenn du es wenigstens machen würdest. Ich wollte ihn reinheben. Warum müssen sie fest? Und wie schön ich da geflogen bin. Ja, das war wirklich cool. Hast du einen guten Pass gemacht. Dann war ganz schön knapp, ey. Hatte ich so geplant. Erstmal Entschuldigung. Erstmal eh gekommen. So erstmal nächste Runde gönnen hier. Ja, die gewinnen wir auch am besten. Dann ist das Thema für heute abgehakt. Nee, wir nehmen heute ein bisschen mehr am Stück auf. Damit du mal wieder reinkommst. Ach ja. Also ich hab schon Bock auf Rocket League. Aber zur Zeit läuft es halt einfach gar nicht. Ja, deswegen muss man mal wieder ein bisschen spielen. Immer förderlich, wenn dann noch so Kommentare von jemandem kommen. Komm, jetzt einfach mal anstrengen. Das sind nicht mal... Ja. Primates, Josch. Ja, einfach mal anstrengen. Einfach mal bei der Sache bleiben. Ja, dann bleib du doch mal bei der Sache. Mach nicht immer so ein dummes Kommentar. Das ist auch nicht nützlich. Da hätte ich schon wieder ein Verrat gehabt, aber diesmal das ist es halt. Hab ich? Hab ich an den Ball gefahren, hätte ich wieder Anschluss bekommen. Ist er an den Ball gefahren? Ja. Ja, aber guck mal, es hat doch funktioniert. Die Sache ist... Ja, wow, super toll. Ich sag dir jetzt was, dann verlieren wir die Runde, okay? Ja, okay. Du hättest den Ball nicht getroffen an der Wand. Ah, okay. Ich hätt nicht getroffen. Es reicht. Ich hätt nicht getroffen. Ey, es reicht. Es reicht. Wenn mir wieder ein Tor gefallen, dann wär's wieder meine Schuld gewesen. Ah ja, siehste? Jetzt hast du den, komm. Jetzt lass einfach das Game gewinnen und uns nicht mehr gegenseitig so abfucken, ja? Ja. Das war gut. Ah, da wird nix draus. Also. Kam als Scheiße von mir aus, meine ich. Soll ich auch mal öfters find's bauen. Auch. Hat er halt dich. Geht auch. Okay. Fuck, 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 fuck. Ich hab den so leicht. Weil an der Wand ist scheiße. Ah, okay. Der ist auch scheiße, safe. Ich hab ihn. Okay. Gut, alles klar. Ganz gut. Okay, der ist jetzt scheiße, aber ich hab null Boost. Und ich war an der Scheißkantel, ey. Das kann's doch nicht sein, dass wir so ein Tor kassieren. Ich hab mal gehofft, dass wir irgendwie in die Mitte schießen, die Pisser. Na egal, mach mal. Der ist wieder eins. Da ist wieder grandioser Anstoß. Ja. Muss mal aufnehmen, dass ich mir das mal angucken kann. Ich muss nochmal wieder einen Scheißkantelanschluss machen. Ganz einfach. Ja, es reicht ja, wenn du allein in... Alles klar. Warum... Das ist doch... Doch rigged ist das. Warum ist er nicht zerstört worden? Warum bin ich jetzt... Das ist so... Ey, das ist so lächerlich. Ich bin ihn mit Vollspeed in ihn reingefahren. Er ist nicht zerstört worden. Aber als ich ihn überholt hab, bin ich dann zerstört worden, oder was? Was macht das denn für Sinn? Ganz ehrlich. Scheiß Hurensohn-Game, Alter. Hoffentlich sterben die Entwickler bald. Erst mal Salz rauslassen. Jetzt geht's mir wieder gut. Sehr schöner Pass. Trotzdem sind die Entwickler Bastarde. Hätten sich sowas ausgedacht. Ganz ehrlich, was ist das für eine Physik? Ich hätte ihn einfach machen müssen. Nee, nee, war gut so. Hätt's eh verkackt. Okay, reicht das. Ja, es reicht. Benimm dich. Ja, sagst du zu mir, du Spaß. Jetzt habe ich in den Boost geschossen. Ich weiß, damit hätte ich rechnen können, aber. Sag mal, als ob wir jetzt zwei Runden haben, wo die Leute im AFK gehen. Ja, weil sie keinen Bock mehr haben, weil wir so kurz sind. Nee, der schreibt gerade ihr Entwickler, was ich gesagt hab. Ich werd gleich gebannt. Kannst du mich auf den Mate reporten? Okay. Ja, ich spiele AFK. Das war's mit der schnellen Runde Rock in the Grand. Heute gibt's leider nicht so viel für euch zu sehen, aber später kommt noch eine Runde Trials. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch reinziehen und euch freuen dabei. Trails? Ja, es kommt später noch eine Runde Trials. Da warst du nicht dabei, deswegen war die Runde toll. Also haut rein, wenn's euch gefallen hat und wenn nicht. Nee. Jahrgut. Jahrgut, Smaller Musik. J-J ugh, jy. Jahrgut. 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 Vielen Dank.